so jetzt gibt es eine grenzstelle braunau am innen richtung also von deutschland kommens und hier gibt es diesen hausgemachten kleinen stau und vorne stehen diese komischen menschen wieder sieht man nur von der anderen seite der eine hat meistens maschinengewehr um also aktuelle bilder vom 15 fünften kurz vor zwölf wie ihr seht seht ihr nix ihr seht im prinzip nur dass ich kleiner künstlicher zähfließender verkehr gebildet hat und ansonsten das nächste video kommt vom heutigen tage dann bei dem überqueren österreichs und also verlassen österreichs und einfahren nach ungarn danke fürs zuschauen bis später